Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Ballerskate 3. Wir sind hier immer noch, wo wir die Harpien platt gemacht haben und neue Aufnahmesession. Mal schauen, wie viel ich Zeit habe. Mein Sohn sportet hier im Hintergrund noch irgendwie rum. Also wenn ihr irgendwie, der spielt auch gerade mit seinem Esel. Also wenn ihr irgendwas hört im Hintergrund, wisst ihr Bescheid. Gucken, wie lange er uns in Ruhe lässt. Ja, so und wir hatten hier Gale verloren eigentlich beim nächsten Mal. Der war gefallen. Ich glaube, man hat ihn sogar gewonnen. Also die Harpien haben ihn gewonnen. Und der hat jetzt irgendwas zu sagen, nachdem wir ihn wieder aufgepeppt haben. Geheilt haben. Und deswegen hören wir uns das nochmal an. Das Scamp erinnert mich an mich, als ich ein Nipper war. Immer wieder in Probleme. Ja, der kleine Tiefling, den wir hier gerettet haben von den Harpien. Ihr habt euch mit vielen Harpien. Irgendwie, nee, das passt gerade nicht. Oh, das passt. Es kommt mit dem Territory. Eine Zeit, meine Eltern hat mir einen Kitten gebeten. Also habe ich mich ein Tressem. Oh, liebe Tara. Beautiful creature. Benefit von einem Wizard's education, ihr wisst. Natürlich, meine considärende Talente nicht hurt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich bin froh, dass wir ihn zum Nekromanten machen, damit er jetzt noch mehr Summonen kann. Also so ein Summoner irgendwie gefällt mir, würde mir schon irgendwie in der Gruppe gefallen. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir die Gruppe weiterentwickeln. Also das Blöde ist, das Spiel stellt einem quasi nur Astarion als Schurken zur Verfügung. Finde ich ein bisschen langweilig. So magiebegabte Charaktere gibt es mehrere. Also Gale kann man relativ gut austauschen mit anderen. Kampfcharaktere gibt es auch mehrere. Es gibt sogar zwei Druiden, glaube ich, die man bekommen kann. Leider aber nur einen Schurken. Ich meine, gut, man kann alles zu allem skillen. Und vielleicht machen wir das auch. Aber ich habe zum Beispiel vor, auch irgendwie einen Druiden als Heiler später zu haben. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Man weiß ja nie, was passiert hier in dem Spiel. So, wir müssen jetzt aber erstmal, weil wir uns, unsere Lebenspunkte sehen ja nicht so geil aus. Vielleicht machen wir erstmal hier einen kurzen Rast. Und ich weiß gar nicht, hatten wir die Habchen schon gelootet? Anscheinend schon. Oder sie haben einfach nichts dabei. Ich meine, wir sollen sie auch irgendwie was hinstecken. So zwischen die Federn oder so. Keine Ahnung. Mal hier hoch. Dann schauen wir uns doch mal hier noch ein bisschen um. Was die denn hier so bewacht haben. Anscheinend ist hier aber gar nichts. Gleich hier hinten. Da ist ein Fass. Ich sehe ein Fass. Auf das Fass. Es ist sogar eine Kiste, kein Fass. Mit 48 Gold. Können wir gut gebrauchen. Wir sind ja gerade total blank. Sind ja auch noch ausgeraubt worden beim letzten Mal. Jetzt hier noch weiter. Hier kann man rüber hüpfen. Ich habe viel in meiner ersten Session mit dem Gamepad gespielt. Da könnte man irgendwie ein paar Knopf drucken. Also eine festgelegte Taste, wenn wir jumpen. Ich glaube, es gibt, genau, Z ist auch hier. Ups. Habe ich jetzt einfach mal eine Rast verbraucht, weil ich Z gedrückt habe. Also irgendwie stimmt das hier manchmal nicht, was hier so abgedruckt ist. Gibt es so ein paar auch, wenn man hier die Tastenbelegung aufmacht und herumschaut, was man denn da so machen kann. Gibt es da so ein paar Sachen, die einfach nicht funktionieren. Also zumindest nicht bei mir. Keine Ahnung. Hier ist das Harpiness. Schauen wir mal nach. Hier haben wir einen Ring des brühenden Farben. Können wir einen Illusionszauber machen. Ein Achat. Ein paar Vorräte und ein paar Knochen. Knochen können wir verticken, glaube ich. Das machen wir mit dem Ring. Komm, den können wir ruhig belegen. Was kann denn dieser Zauber? Aber wir können eine Kreatur blenden bis zu 33 Trefferpunkten. Und blenden heißt, dass die bei Angriffswürfen im Nachteil ist. Reichweite von Angriffen und Zaubern auf 3 Meter verringert. Angriffswürfe gegen blinde Kreaturen sind im Vorteil. Aber ist die denn blind? Ah ja doch, hier macht er unten den blinden Status. Das ist gar nicht so verkehrt. Wenn wir mal einen stärkeren Gegner haben, den wir nicht sofort mit einem Schlag... ...der uns ein bisschen Widerstand leistet... ...den können wir dann irgendwie platt hauen. Da hinten ist auch noch irgendwas hier. Guck mal. Hier. So. Kommt man da irgendwie hin? Irgendwie von hier, ne? Obenrum. Hier so rein. Müssen wir gleich mal gucken. Hier zu dem Schiff kommt man anscheinend nicht. Also gehen wir mal zurück. Hüpf. Vielleicht sollten wir auch mal schauen, ob wir mit Gale auch irgendwie Beschwörungszauber bekommen. Hatte nicht auch schon welche? Nee, noch nicht. Also es gibt ja so Tierfreund-Sachen oder so. Wo man so Tiere auch beschwören kann. Aber aus diesem kleinen Beschwörer. Später dann untot. Wir sind dann wieder zurück am Strand. Und gucken wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Aber hier kommt man, glaube ich, nicht weiter. Hier sitzt das Wasser ein bisschen tief. Hier kommen wir oben. Ich glaube, man könnte das Spiel auch irgendwie 10, 20 Mal spielen. Würde immer noch so ein paar Details entdecken. So. Hier geht es weiter hoch. Ist ganz schön fix, unser kleiner Gnome. Und klettern. Jetzt hier irgendwas. Hier sieht es so ein bisschen blutig aus. Ah ja, hier ist ein polierter Dolch. Guck mal. Ist der irgendwie coolerer als die Dolche, die Astarion schon bei sich hat? Also der hat einen normalen Dolch und noch ein Dolch. Dann ist der polierte Dolch irgendwie besser. Anscheinend nicht. Aber er heißt polierter Dolch. Deswegen. Ist doch ganz cool. Nehmen wir einen polierten Dolch mit. So, hier geht es noch eine Ebene weiter nach oben. So, do you have loves waiting for you once this is all over? You know what? That is not the easiest of questions for me to answer. You mean just waiting? Like a lovesick puppy? Short time amusements are much less hassle. Die Gespräche sind auch immer ganz interessant, so, zwischen den Charakteren. Also hier scheint nichts zu sein. Oh, Powerfly ist bevor mir. Hier kommen wir, glaube ich, her. Und hier geht es noch mal ein bisschen weiter nach da. Und hier, das sieht doch schon mal aus wie so ein Jump-Plattform. Sprung-Plattform im Deutschen. Nicht so viel Anglizismen verwenden. Wobei ich auch echt, diese Sache weiß ich auch echt nicht, warum. Leute, das irgendwie sagen, warum man keine Anglizismen benutzt. Du, gute deutsche Sprache geht vor die Hunde, was du siehst. Dadurch nicht, finde ich. Entwickelt sich. Eine Kiste. Was haben wir denn da? Noch mehr Gold und Liebeswerkzeuge für Astarium. Und noch eine leichte Armbrust. Nehmen wir noch alles mit. Können wir verticken. Hier hilft uns auch ein bisschen die Reichweite, die wir durch unsere Stärke beim Springen haben. Wir haben ja am Anfang auch festgestellt. Wir haben das eine Ver vez cambia ich. Boulders Gate? Food. Der frischste Fisch, den ich jemals hatte. Ich weiss nicht für Fisch. Reden sind... Das ist eine andere Sache. Räuer als könnte. Schmerz. Na ja, wenn wir eine Kür finden, hast du keine Zähne, die es mit schnell genug zu schießen. Mit dem Springen. Wir konnten am Anfang ja weiter springen als... irgendwas anderes. So, hier oben waren wir ja schon bei der Bardin. Da gehen wir jetzt nicht noch mal hin, aber hier hinten rum müsste es ja dann irgendwie noch mal runter gehen. Wir haben ja gesehen, dass man da noch runter kommt. Da ist noch ein Buch. Grundlage über mystische Tiere. Miniatur-Weltraum-Hamster. Ja. Jemand hat sich übrigens ein bisschen lustig gemacht über... in den Kommentaren. In den ersten Folgen, wo ich darüber gerantet habe. Also, was heißt gerantet? Dass ich mich ein bisschen aufgeregt habe über... äh... Raumschiffe in Fantasy-Szenarien. Ähm... hat DSI ja zum Beispiel auch, ne? Auch wenn sie es aus dem Kamergeschmärchen haben. So... Ähm... Es ist... Ähm... Wen suchst du? He left with the weaponed two legs. He said he'd be back. But I can smell them, the weaponed ones. And I cannot smell him. He's not coming back. Hm... Keine Sorge, der kommt schon aus. Oh... The woods have gone dark. There's too many predators lately. Even for mustard. Ja, der kommt schon wieder, kleiner Bär. Wenn nicht, dann holen wir ihn zurück. Den Meister. Oh... Hup... Da hinten ist ne Kiste. Ich seh' sie! Hab sie gesehen. Schrocken sein. Ah... Langsam kriegen wir wieder... Aber hier kommen wir nicht weiter. Schade, schade. Hm... Es scheint ihnen ne Menge Bären zu geben. Hier in dieser... äh... Druckigen Sammlung. Hätte ja auch sagen können. Okay, die äh... verwandeln sich in unterschiedliche Sachen. Ey, was machst du denn da? Fisch... äh... Fisch sammeln. Unterschiedliche Sachen. Einer... Einen Elch. Einer äh... Hamster oder so. Aber hier ist ein Bär. Da unten ist ein Bär. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Hier ist noch ein Bär. Und was der sagt, der schläft glaube ich gerade. Kommen wir weg, nehmen wir auf. Kann ja nicht sein, dass er hier so voll rumliegt. Ey, du! Nee, gar nicht, du redest mit mir. Einen Fisch neben den Aufzug werfen. Habe ich nen Fisch? Wo ist das? Fisch? Ja, ich hatte doch gar keinen Fisch. Oh. Und jetzt kann ich hier mit dem Aufzug nach oben fahren, ne? Oh. Hm. Die fortschrittliche Technik haben wir hier, die Druiden. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Das war warm. Ein glänzender Schlüssel? Hm. Schhh. Ich bin konzentriert. Das sieht gut aus? Ist die Kugel in der Mitte? Das sah nicht danach aus. Äh. Nicht in der Mitte, ne? Yes, you're right. That's it. Veräußerungsglas. Ich lass dir mal den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob man den später noch braucht oder so, aber ich lass ihn dir mal. Sprich. Die hat irgendwas zum Vogel gesagt? Hab ich nicht mitgekriegt. Wir suchen Heiler. Wir sind nicht so, als würdet ihr im Ritual teilnehmen. Ja. Achso. Habt ihr deswegen mit dem Vogel geredet? Anscheinend hat unser Baba was mitgekriegt, was wir nicht mitgekriegt. Oder ich kann mich nicht dran erinnern. Halssinn bringt nichts in Ordnung, wenn er tot ist? Ja. Hm. Ähm. Was steht zum Vogel? Hm. Aber, ja, einschüchtern. Hm. Ja, guck mal. Gib mir hier mal einen Bonus dazu. Den brauchen wir auch. Ja, den brauchen wir auch. Ähm. Na. Ja. Okay. Ich bin aber nicht. Also noch nicht. Vielleicht. Hallo Schwein. Hm. Also, das ist eine Tafel. Ist das dasselbe schon? Anscheinend. Ja ja doch, da läuft hier immer rum. So und hier sollen wir jetzt irgendwie rein. Da geht es tief runter. Oh come on. Die will ein Gift, sondern die wirklich verbrochen. Okay. Ja und unsere Jobs nimmt sie jetzt auch weg. Razzesmos. Aber gut. Kennt man ja aus bestimmten Rollenspielen. Hat die bestimmt auch was gegen Gnome. Schätzen Droiden nicht Harmonie. Das Mädchen einzusperren löst das Gleichgewicht. Haben wir gerade gelesen? Ja 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 gut. Freilassen sofort. Klingt auch nach uns. Lass sie frei. Ich sorge dafür, dass ich keine... Ne bloß nicht. Ich will die Schlange beruhigen. Das Mädchen darf nichts passieren. Schweigen. Ne. Wir haben das ja gerade gelesen. Das können wir direkt mal hier anwenden. Dann geben wir uns nicht mal einen Bonus, dass wir uns gerade gelesen haben. Wir haben auch Schwierigkeitsgrad 12. Das heißt wir brauchen definitiv wieder einen Bonus. Komm jetzt. Würfel, 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 würfel. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Wer braucht schon Intelligenz? Das ist so, wie du sagst. Sipisif, Teela, bei mir. Geil, thief. Meine Liebe hat ihre Grenzen. Es tut. Danke, Korga. Master Halson... Halson ist nicht hier. Halson ist hier. Halson ist hier. Hm. Da haben sie direkt einige Gesprächsbedarf. Was sagt der Geil? Ja, habe ich schon nicht bekommen. Nein. Hm. Ja, Shadowheart kommt mal rum. Ich will auch mal reden, ich will auch reden. Hm. 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 Seid ihr sicher, dass es nicht mit den Arten so gut ist? Hm. Seid ihr sicher, dass es nicht mit den Arten so gut ist? Hm. Wie sehr tut es denn weh? Hm. Ganz viel, wenn ich ehrlich bin. Aber es passen immer schnell, also ich kann das. Okay. Hm. Hm. Ja, nee. Wir reden mal mit den anderen Leuten hier. Du hast gut gemacht, um die Frau zu sprechen. Das Zähne ist schrecklich. Eine Tragedie verhindert. Hm. Was wäre dann geschaffen? Niemand befindet einem Kind. Niemand befindet unseres Lebenskräfte. Wir haben eine Zähne verhindert unseren Liedern. Sie wird die Zähne verhindern. Oder besser. Hm. Hm. Sie ist der erste Druid in Halsin's Absinthe. Mit ihm verletzt oder sterben von Goblins. Niemand kann sich verletzen. Aber mehr werden sterben, wenn ihr Ritual fertig ist. Ich wüsste, dass die Exile bei der Recht überleben werden lange außerhalb. Aber wenn niemand den sucht, kann ich das machen. Ich würde nichts geben, um Halsin zurück zu Hause zu sehen. Hm. Ich hätte gern schon was Konkreteres als alles. Dein Geist ist großartig. Ich werde die Zähne von dieser Zähne zu dir öffnen. Auch wenn der Zirkel es verhindert. Halsin ist ein Elf mit der Presence von einem Beeren. Er hat den Westen mit den Aventurern verlassen. Du wirst den ersten Druid für niemanden. Hm. Okay. Okay. Ja. Was ist da denn hier die... Rat doesn't respond. It simply bears its teeth. Okay. Die mag mich anscheinend nicht. Was ist mit der anderen? Rat watches your movements, but does not speak. Der? Hm. 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 Ein Monster würde ein Kind bedrohen. Ja. 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 Ich weiß, dass du ein Kind. Du nur die Vilen und die Verkauf. Ein Viper baut die Zähne, die sie schützt, schützt sie ihre Brüte. Ich nennen sie sie Mutter. Du nennen sie sie Monster. Du nennen sie sie Monster. Ich habe die Zähne von Silvanus zurückgebracht und die Rechte zurückgebracht. Wir werden die Zähne von der Zähne. Wir werden die Zähne von der Zähne. Wir werden die Zähne von der Zähne. Wir werden die Zähne von der Zähne von der Zähne. Hm. Hm. Ja. 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 Ja... Ja. Ja. Ich habe eine Grippe, ein Waldron, zwei Bären, ein Fuchs. Okay. Was sagt Loic? Okay, der ist also jetzt auch nicht so der gesprächigste. Studien der Schwergküste, Geschichte des Heims. Hey, ich wollte nur lesen, was da steht. Hm, ihr Deppen. Ausführliche Berichter. Wow, ausführlich. Hm, Brusthaftigkeit, Lingen, Widersteht, Entfernung, Reichweite, Gottes Fluchtdeutung, Schattenmerken, Nähe zu Shah Tempel. Okay. Hier gibt es noch eine Tafel. Die Towers seized, die Battle done. The Moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the Dark Goddess Shah on the Broken Helmet. This army marched in her name. So many dead. Sent to the Night Singer's Embrace. Moonrise must be a reference to Shah's divine sister, Seluna. Hm? Das war ja, ich habe natürlich keine Ahnung, was Hafer sind. Leute, die Hafen spielen. Who knows? Hm, gibt es hier irgendwo noch welche von diesen Tafeln? Hier ist noch eine Tafel. This will all be over. The ritual's almost finished. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Hm? Okay. Oh, hier haben wir noch Zeug, was du holst, können wir mitnehmen. Ja, gut. Sehr schön. Wer bist du? Ah, Nettie. Ähm, ich warte. Ich brauche Hilfe, sofort. Mir ist was in's Auge gekrochen. Mir ist was in's Auge gekrochen. All slimes, teeth and tentacles. We... I... I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Be quick. This way. also du weißt du was ich frage noch mal was ist was ist passiert die leute nur die leute mhm zerlegte drow Hm. Da und ich haben denselben Parasiten. Den gleichen, nicht denselben. Das ist warum er mit den Adventurern auf der Expedition ist. Um herauszufinden, was passiert. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. Aber? All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Ich kann meinen Verstand mit Infizierten verbinden. Victims can identify each other. Not that the others know their victims, of course. How do you pick up the Parasite? Halston was desperate to find where all this was happening. Wohl entführt und infiziert. A mindflare ship? But Master Halston was sure. Look. You've been straight with me. So I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Mhm. This is a vial of Wyvern poison. Swear to me. You'll swallow it if you feel any symptoms. I thought you could heal me. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort. In case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you. But I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now. Now. Do I have your word or not? Hmm. I swear it. I hope it doesn't come to that. But. Thank you. Here. You know. I've spent my life treating folk. And never once saw a Mind Flayer infection. Then suddenly. There's dozens of you. Maybe more. Master Halston and I were tracking them. Studying them. Trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of Mind Flayers out there. But you're not. Hmm. What do you mean with what changes are you. What do you mean with what changes are you. Mind Flayers are reproduced by infecting someone with their parasite. Seven gruesome days later. The victim transforms and a new Mind Flayer is born. The thing in your skull though. It's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. Also nur eine Frage der Zeit Hmm Na gut, ich suche den, also jetzt habe ich schon mehrere Gründe den zu suchen Ich wünsche mir, dass ich euch erzähle, was da passiert ist Aber die Spendierer waren die einzige Begründer, und sie sind lange weg Alles, was ich sicher sagen kann, ist, dass alles nach dem alten Tempel von Salunum Und Master Halsen nicht zurückgebracht hat Und bevor wir uns jetzt hier weiter umschauen, machen wir die Folge für heute mal Jetzt zu einem Ende Äh, ich kann kein Deutsch mehr machen Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss Das ist das